Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen GFD-Devisenrader am Montag wieder. Auftakt in die Woche hier, 26. September. Es grüßt ihr Christian Kemmerer und wir wollen auf den Markt schauen. Heute Wochenbeginn, alles noch ein Stück weit verhalten, bis auf die Yen-Pairs. Da gibt es schon relativ starke Bewegungen, das Fund wieder schwach, aber das soll heute gar nicht im Fokus stehen. Wir wollen uns nämlich hier einem Rohstoff zuwenden, der auch monetären Charakter besitzt, nämlich Silber. Silber, der kleine Bruder vom Goldpreis und Silber ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man sich mal hier den Chart betrachtet. Zunächst, bevor wir einsteigen in den Silberschart, will ich ganz kurz den großen Chart zum Silberpreis mal in den Fokus rücken. Dazu rufen wir uns einfach mal den Jahresschart hier auf den Schirm, also Jahresschart in Anführungszeichen, den Monatschart auf mehr Jahresbasis sozusagen. Da sehen wir, ja gut, Silber hat hier knapp das Level von 50 Dollar verfehlt im April 2011 und seither hier eine starke Korrektur gefahren, die sich interessanterweise hier am Level um 14 Dollar stabilisierte. Zum Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, dann natürlich ähnlich wie beim Goldpreis, eine starke Aufwärtsbewegung hier erlebt hat. Final Levels auf der Südseite wurden verfehlt, technisch hätte es noch bis 11.30 etwa gehen können und selbst dann hätte der Silberpreis grundsätzlich eigentlich immer noch gutes Fahrwasser gehabt, um wieder nach oben aufzudrehen. Doch er hat es jetzt eben schon früher getan und insbesondere mit der Kerze hier vom April, interessanterweise April 2016, hier diese Ausbruchskerze. Und hier im April 2011 dieses Mehrjahreshoch, die Marke von 50 Dollar, also Jahrzehnte auch viel mehr, die Marke von 50 Dollar wurde ja leider knapp verfehlt. Übrigens hier Bild, Zeitung und Co. in höchster Feierlaune mit dem Silberpreis im Kontext nach dem Motto 500 Dollar je Unze, 100 Dollar je Unze, ein Stück weit tiefer gestapelt sind hier möglich. Also hier die absolute Euphorie praktisch und genau da kurz davor markiert der Silberpreis dann der Silberpreis das hoch und seither ging es eben hier steil runter. Doch wir haben wie gesagt im April dann den Ausbruch gesehen, seither ist der Silberpreis relativ stabil, aber Sie sehen es hier an der Oberseite 21,45, 21,50 etwa hier 21,35. Das war direkt das Hoch vom März 2008 vor Ausbruch der Finanzmarktkrise, beziehungsweise nicht Ausbruch, sondern bevor sich das Ganze dann noch weiter hochschraubte. Grundsätzlich hier ein sichtlich interessantes Level, was definitiv überwunden werden sollte, gerade auch mit den Hochpunkten hier vom Jahr 2014, wenn der Silberpreis weiter auftritt. Das sieht aber grundsätzlich ganz gut aus und auch im Kontext der letzten Kerzen eben hier eine Entwicklung, die durchaus positiv ist. Wichtig ist eben, dass wir jetzt hier nach diesem schwachen August, ganz klar Konsolidierung nichts Ungewöhnliches, hatten wir auch hier zuletzt im Mai gesehen, nach dieser Ausbruchskerze im April, keine große Hürde. Sowas kann passieren, sowas darf passieren, Konsolidierung ganz normal. Es ist aber nunmehr eben wichtig, dass sich das Ganze nicht groß ausdehnt. Also hier gerade auf Basis des Monatscharts, hier Niveaus unter 18 Dollar wären jetzt nicht wirklich zu favorisieren. Und vom großen Bild mal weg, wollen wir uns direkt mal den Tagesschart zuwenden. Heute Silberpreis leicht schwächer. Wir haben auch hier, schöner sichtlich, im Prinzip immer noch einen intakten Abwärtstrend. Wenn wir das mal mit einer schrägen Trendlinie ein Stück weit symbolisieren, beziehungsweise visualisieren wollen, haben wir hier eine Situation von fallenden Hochpunkten. Das ist hier sicherlich jetzt nicht unbedingt positiv. Aber wir haben auch aufgrund dessen hier ein schönes Level inklusive dieser Widerstandslinie, welches wir als Buy-Trigger bezeichnen können auf Tagesbasis. Soll heißen, wenn der Silberpreis hier auf die Idee kommt, nach oben auszubrechen. Und hierbei haben wir es direkt mit der Round Number 20 Dollar je Unste zu tun. Dann darf man davon ausgehen, wenn wir hier sprich 2013, insbesondere 2015 rund, kann man sagen, dass wir dann auch hier 2011 vom 16.8., also noch ein paar Cent draufgelegt, 2015. Wenn wir dieses Niveau hier nach oben aufbrechen, dann habe ich durchaus positive Signale im Silberpreis, die hier den Silberpreis dann weiter antreiben dürften. Beim Goldpreis haben wir es ja auch mit einer bullischen Flacke zu tun, die noch läuft auf Tages-Wochenbasis. Also hier auch alles ein Stück weit unter gewisser Spannung. Sie können das Video zum Goldpreis gerne nochmal sehen, haben wir auf dem YouTube-Channel hinterlegt. Und insofern auf jeden Fall der Goldpreis auch interessant und zieht der raus, dürfte der kleine Bruder im Sinne des Silberpreises natürlich nachziehen. Grundsätzlich, wie gesagt, hier eine Konsolidierungssituation, die jetzt nach technischen Argumenten Einschätzung oberhalb von 20 Dollar, Schrägstrich insbesondere 2015, hier aufgebrochen werden dürfte. Dann wäre hier das letzte Hoch sicherlich fällig. Da hätten wir hier den Bereich von um 21, ja, 15, 21, 13 etwa. Und das Niveau dürfte dann auch ein Pullback-Level darstellen, um den Silberpreis dann weiter anzuheizen. Das ist wichtig, das Level auf der Oberseite im Fokus zu haben. Wir haben auch hier eine bullische Saisonalität. Überrascht nicht zum Ende des Jahres. Sie sehen hier, im Oktober wird es noch ein bisschen holprig. Also hier September, Oktober, das ist jetzt nicht wirklich der Bias, der hier nach oben zeigt. Das heißt also, die Konsolidierung kann sich durchaus noch ein Stück weit ausdehnen. Dabei gilt es darauf zu achten, das Level von 18,50 im Fokus zu haben. Und gerade auf Monatsbasis sagte ich auch gerade hier das Level von 18 Dollar. Also wenn der Silberpreis hier signifikant runtergehen sollte, unter das Niveau von 18 Dollar, jetzt zoomen wir uns auch mal ein Stück raus. Ja, da haben wir hier so eine Knautschzone, will ich es mal fast sagen. Das wäre schon negativ. Wenn wir dieses Level hier unterschreiten und auch nach Fibonacci-Verhältnissen hätten wir dann hier das 50er Level unterschritten. Ein 60er Niveau dürfte rasch rufen, könnte dann aber auch sicherlich noch tiefer gehen, wenn hier signifikant eben Preise unter 18 Dollar hier möglich wären. Bis dato wären das meines Erachtens alles Konsolidierungen, die hier den Silberpreis meines Erachtens hier als interessant erscheinen lassen, als günstige Kaufchance. Sofern es eben hier nicht signifikant unter 18 Dollar geht. Und das kann man hier dann durchaus als Alternativszenario sehen, dass der Silberpreis eben dann hier doch eine Schwäche erfährt, sehe ich. Aber wie gesagt, deshalb habe ich Grau nicht als favorisiertes Szenario. Und insofern hier eher der Plan B. Wie gesagt, Plan A, der Ausbruch, wenn er dann irgendwann kommt. Konsolidierung kann sich noch hinziehen. Ja, das wäre jetzt hier dann sozusagen das Spiel auf Zeit. Bullisches Setup bleibt trotzdem bestehen. Und dann Worst-Case-Szenario, wenn wir hier deutlich unter 18 Dollar gehen, dann ist der Silberpreis sichtlich angeschlagen. Für den heutigen Tag haben wir noch ein bullisches Fuzzi-Vektorlogik-Pattern. Das bestätigt der Wochentag zwar nicht mit 47% positive Schlusspreise, ist leicht negativ. Nicht so negativ wie Mittwoch und Donnerstag, das muss man ganz klar hervorheben. Das sind die schwächsten Tage. Dienstag hier mit 57% ganz klar stark. Aber der Montag hier nicht wirklich so der bullische Tag. Dennoch haben wir heute hier ein starkes Fuzzi-Vektorlogik-Pattern beim Silberpreis. Das Tief zwar schon hier mit, also das theoretisch-technische Tief mit 19,69 Dollar hier schon leicht unterschritten. Ja, sind wir ein Stück weit tiefer. Aber heute hier im Schnitt mit einer Trefferquote von 69% bei 147 Erscheinungen während der letzten 17 Jahre. Doch ein sehr, sehr positiver Bias, der den Silberpreis hier rein technisch um die Marke 20 auf 20 Dollar hebt. Abzüglich der bisherigen Tiefs könnte es auch hier dann schon bei 19,85 Schluss sein. Aber grundsätzlich heute hier ein positives Fuzzi-Vektorlogik-Pattern. Mal sehen, was der Silberpreis daraus macht. Wie gesagt, statistisch der Montag eher leicht schwächer. Dienstag könnte es dann wesentlich spannender werden. Warten wir mal ab, was passiert. Ich werde es beobachten. Hoffe, Sie kommen, wie Anfang schon gesagt, gut in die Woche. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Und wir haben die Woche ja auch noch das JFD-Live-Trading-Event am Donnerstag mit Jörg. Seid sehr gespannt. Schaut es auf unsere Website unter Live-Events-Webinare. Da könnt ihr euch anmelden, kostenfrei. Wird sicherlich ein spannender, schöner Tag. Und wir wollen doch mal sehen, ob wir da was aus dem Markt schneiden können. Bis dahin wünsche ich erst mal allen Zuschauern einen guten Montag. Und auf bald, Ihr Christian Kemmerer. Und Tschüss.